Beim NX-Cam Day, dem Kundentag von Janus Engineering, dreht sich alles um die digitale Fertigung mit Siemens NX. Geboten werden hier praxisnahe und innovative Einblicke von unseren Experten und unseren teilnehmenden Partnern, neue technologische Möglichkeiten, Infostände und sehr inspirierende Vorträge. Innovation und Austausch, die gehen heute Hand in Hand und ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback von unseren Besuchern und Besucherinnen. Wir freuen uns, dass wir heute so viele Zuschauer begrüßen durften. Über 300 Leute sind wir wirklich stolz darauf. Wir als Janus, ja, wir haben eine Mission. Wir möchten den reellen Prozess, den Fertigungsprozess digitalisieren. Wir möchten einen digitalen Zwilling, damit wir im Vorfeld sehen, was zu tun ist. Das Ziel unserer Mission, Sie darin zu unterstützen, die Prozesse zu verbessern und immer am Machbaren, was machbar ist, zu arbeiten. Daran zu arbeiten, auch vielleicht mal unmögliche Dinge dementsprechend umzusetzen. Wir sehen uns jetzt hier nicht als Lieferant von einer Software, sondern wir sehen uns als Lieferant von Lösungen, von Prozessen, die wir für Sie dementsprechend mit Ihnen gemeinsam umsetzen wollen, um gemeinsam mit Ihnen ans Ziel zu kommen. Diesen Prozess, diesen möchten wir mit Ihnen transformieren, auf eine Ebene bringen, um sagen zu können, hier am globalen Markt, auch hier in Deutschland, können wir weiter für die nächsten Jahre produktiv bleiben. Heute haben wir den Besucherinnen und Besuchern einen Ausblick und Einblick gegeben, in moderne Methoden, die virtuelle Produktentstehung intelligent und automatisiert in die reale Welt zu überführen. Für uns ist es wichtig, dies praxisnah für unsere Kunden zu vermitteln und vor allem im persönlichen Austausch mehr über die Transformationsprojekte hin zur automatisierten Fertigung zu erfahren. Und ich denke, das ist uns heute sehr gut gelungen. Es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, super organisiert hier in der Stadthalle in Böblingen von Janus Engineering. Hat mega Spaß gemacht. Besonders hat mir gefallen die Vorträge, viele neue Technologien hat man kennengelernt, neue Arten, die Fertigung durchzuführen, der Umgang mit NX. Die vielen interessanten Vorträge, gerade um das Thema MBD, MBE, fand ich super. Neue Menschen kennengelernt. Ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt, nicht nur von Janus, sondern auch von den Partnerunternehmen, die hier waren und auch von den anderen Teilnehmern. Die Erwartungen wurden komplett erfüllt und wie gesagt, die ganze Atmosphäre hier, wie immer, super beim Come Day. Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung. Ich bin eigentlich ohne Erwartungen hergekommen. Ich bin das erste Mal beim NX Come Day von Janus Engineering und bin total begeistert. Ganz komprimiert den Status quo der Technik, den Ausblick zu sehen, wo die Reise hingeht und einfach, wie läuft die Zukunft der digitalen Fertigung ab. Gehe also rundum glücklich wieder nach Hause.